Hey, cool dass du mit dabei bist bei diesem neuen Video heute und wir wollen uns heute einen Lebensbereich anschauen, der, wenn wir ihn immer mehr zu meistern beginnen, Einfluss nimmt auf alle anderen Lebensbereiche. Es geht heute um, ja, in gewisser Weise eine Schlüsselgewohnheit, die, wenn wir ihr unbewusst viel zu viel Macht geben, tatsächlich ganz schnell eine Art Schatten über unser Leben legt. Folg dem Himmel, auch wenn du schreist und fällst und vor allen Dingen, sei du selbst. Lausch der Stille unter Wache mit all deinen Sinnen, denn alle Macht kommt von innen. Es geht heute um die Technologie, es geht heute nochmal um das Thema Smartphone, Abhängigkeit, es geht heute um ein ganz grundlegendes Ding unserer Zeit. Und du weißt, dass ich nie wirklich gegen etwas bin. Genauso bin ich nicht gegen das Smartphone, ich bin nicht gegen die Technologie. Aber ich bin gegen die unbewusste Nutzung dieser Technologie. Ich bin dagegen, wenn ich sehe, dass die Technologie mich zu nutzen beginnt, anstatt dass ich sie als Werkzeug nutze. Selbes Prinzip mit deinem Verstand. Wenn der Verstand konditioniert ist in eine bestimmte Art und Weise, die dich letzten Endes unzufrieden werden lässt, die dich letzten Endes auf eine getriebene Suche gehen lässt, ohne zu wissen, nach was du überhaupt suchst. Dann ist es an der Zeit zu hinterfragen, ob der Verstand dir wirklich dient oder ob du dem Verstand dienst und ob der Verstand zu deinem Herrscher geworden ist. Genauso ist es auch mit dem Smartphone. Wenn du dich tagtäglich dabei beobachtest, wie du dieses Teil anschaltest, deine Finger automatisch irgendwelche Apps öffnen, deine Finger automatisch, ohne dein Zutun, deine Aufmerksamkeit lenken, du in Apps bist, die von Entwicklern entwickelt worden sind und die letzten Endes deine Aufmerksamkeit wollen, die deine Energie wollen, die letzten Endes deine Daten wollen und die dann ganz oft auch damit verbunden Geld verdienen. Das heißt, du, sobald du diese fremdgesteuerten Apps anschaltest, wirst fremdgesteuert. Und wir können das jetzt einfach mal ausprobieren. Wenn du jetzt einfach mal die Augen schließt und wahrnimmst, wo deine Energie gerade sitzt und du jetzt einfach mal meine Stimme verfolgst, dann ist ein großer Teil deiner Aufmerksamkeit jetzt bei dieser Stimme. Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen und realisieren, dass wenn du dir dessen nicht bewusst bist, wo deine Aufmerksamkeit, wo dein Fokus sitzt, dieser Fokus fremdgesteuert werden kann. Und wenn deine Aufmerksamkeit in deinem eigenen Leben von Entwicklern, von der Technologie, von dahinter sitzenden Interessen fremdgesteuert wird, wenn diese Aufmerksamkeit in Richtung Angst gelenkt wird, wenn diese Aufmerksamkeit in Richtung, ich bin nicht gut genug und muss mir das und das kaufen, ich brauche noch die Information, ich brauche noch hier die Lücke, muss ich füllen, dann wirst du auf eine getriebene Suche geschickt. Dann wirst du abhängig nach Informationen. Du wirst abhängig davon, dass deine Aufmerksamkeit gelenkt wird. Und wenn dann auf einmal diese Technik mal für zwei Stunden nicht zur Verfügung steht, wenn diese Technik für den ganzen Tag nicht zur Verfügung steht, dann bist du unruhig und weißt gar nicht, warum du unruhig bist. Du bist unzufrieden und weißt gar nicht, warum du unzufrieden bist. Und deswegen wollen wir uns heute in diesem einen Video nochmal anschauen, was wir dagegen tun können, um wieder in die bewusste Nutzung dieser Technik zu gelangen. Das Erste, ich gebe dir einfach mal den Tipp mit, dir einen Schwarz-Weiß-Filter zu installieren. Quayscale heißt das Ganze. Das heißt, dein Bildschirm nur noch in einer grauen Skala anzeigen zu lassen. Das heißt, nur noch Schwarz-Weiß dieses Ding zu nutzen. Und du wirst merken, dass wenn du dieses Handy nur noch in Schwarz-Weiß benutzt, diese krasse Anziehung nicht mehr so da ist. Das heißt, normalerweise diese bunten Farben, die ich jetzt hier in der Natur sehe, es ist Frühling, alles ist wieder grün, es hat einen unglaublichen Effekt auf mich. Im Winter, wenn du durch die Natur gehst, ist das immer noch auch schön. Aber im Winter, wenn alles grau ist, hat es nicht diese krasse Anziehung auf mich, auf dich wahrscheinlich auch nicht, wie wenn du im Sommer oder Frühling durch die Natur gehst, auch im Herbst, wenn diese ganzen Farben da sind. Genau dasselbe kannst du dir zunutze machen auf diesem Smartphone. Das heißt, normalerweise wird auch da ganz viel mit Farben gespielt, mit visuellen Eindrücken. Wenn du die einfach ausschaltest, wenn du die deaktivierst, wenn du das wie im Winter einfach nüchtern in Schwarz-Weiß schaltest, hat es nicht mehr so diese krasse Anziehung auf dich. Das ist die erste Methode. Die zweite Methode ist einfach, ganz bewusst jetzt wirklich mal auszumisten. Nur noch die Apps auf deinem Smartphone installiert zu haben, die auf deinem Weg dich unterstützen. Und das in den nächsten Wochen einfach mal zu beobachten. Welche Apps geben dir ein gutes Gefühl und welche lassen dich einen vermeintlichen Mangel spüren? Welche führen dich eigentlich nur in den Vergleich? Führen dich nur in, das muss ich haben und da bin ich noch nicht gut genug? Und lassen dich letzten Endes immer leerer werden und ziehen dir vor allen Dingen den ungeteilten Fokus auf deine Aufgabe ab? Das heißt, welche Apps zerstreuen deine Aufmerksamkeit? Ohne Sinn. Ohne, dass sie dir irgendetwas für dein Lebensglück wirklich bringen. Das ist das Zweite. Das Dritte. Dir einfach mal einen ganz bewussten Bildschirmhintergrund zu setzen. Ich packe dir das unten in die Videobeschreibung als Link. Einfach runterladen auf dein Handy und das als Bildschirmhintergrund setzen. Und dadurch, dass du jedes Mal, wenn du dieses Handy anmachst, diesen kurzen Text siehst, das hier ist dein Werkzeug, das hier ist mein Werkzeug, bist du immer wieder daran erinnert, dieses Werkzeug jetzt mit einem Ziel zu nutzen und sobald dieses Ziel erreicht ist, den Ausschalter zu betätigen. Und das ist die dritte, ganz effektive Art und Weise, um dieses Ding wieder wirklich zu deinem Werkzeug zu machen, um es dich nicht mehr unbewusst nutzen zu lassen, sondern, dass du es bewusst nutzt. Und ich kann aus den zurückliegenden Wochen nochmal sagen, dass es einfach einen unglaublichen Effekt hat, wenn du auch mal, wie das beim Fasten üblich ist, vielleicht mal für ein bis zwei Tage das Ding ganz auslässt. Wenn du vielleicht mal für den ganzen Tag alle Bildschirme auslässt. Ich verspreche dir, dass du am Abend ein ganz anderes Gefühl haben wirst. Und wenn du das einmal pro Woche machst, das heißt, einen Tag pro Woche ohne Bildschirm, werden dir die anderen sechs Tage viel leichter fallen, dass du das bewusst nutzt. Das heißt, wir machen uns hier dieselben Effekte zunutze, wie beim Intermittieren im Fasten. Das heißt, wir nutzen unsere neuronalen Verschaltungen, um ihnen immer wieder sozusagen eine Auszeit zu gönnen, um immer mal wieder in eine neue Lehre reinzugehen, um den Raum mal wieder offen werden zu lassen, und um zu realisieren, hey, wie fülle ich meinen eigenen Raum? Wie fülle ich ihn? Und dann aus diesem freien Tag heraus in eine neue Woche vielleicht zu starten und zu realisieren, hey, ich habe gar keinen Bock mehr, meine Energie da rein zu gestalten, sondern ich habe jetzt einfach Bock, meine Projekte voranzubringen. Ich habe Bock vielleicht, dieses Erwachen, diesen Prozess, immer weiter, immer tiefer werden zu lassen. Und ich habe Lust, meine Beziehung in eine neue Richtung gehen zu lassen. Und, und, und. Das wird kommen, wenn der Raum eben nicht mehr mit Sinnlosigkeiten gefüllt wird. Es ist nicht einfach, aber es wird sich lohnen. Und wenn du jetzt da irgendwie Resonanz verspürst, dann klick gerne mal auf erwachterfahrt.de vorbei. Ich packe dir den Link auch unten in die Beschreibung. und trag dich da einfach mit deinem Namen und deiner Mailadresse ein und du wirst wahrscheinlich im Herbst eine Mail in deinem Postfach finden, wenn dieser ganz, ganz neue Kurs dann online geht. Und ich verspreche dir, dass dieser Kurs sich unterscheiden wird zu ganz, ganz vielen Online-Kursen da draußen in Deutschland. Der Inhalt in diesem Kurs, an dem ich gerade am Arbeiten bin, wird all diese Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, aber auch viele Erkenntnisse, die so auf YouTube, auf meinem Kanal noch nicht zu finden sind, komprimieren und dich innerhalb von einigen Monaten durchführen in einen Prozess sozusagen, dass du wirklich dein eigener Lehrer werden kannst, dass du dein eigener Freund wieder bist, dass du in dieses Bewusstsein kommst, dass du mehr bist, als das, was du bisher gedacht hast. Und du wirst jeden Moment auf eine neue Art und Weise dankbar annehmen. Du wirst es wirklich innerlich spüren. Und das nur eine kurze Werbung in eigener Sache, weil ich einfach Bock habe und weil ich spüre, dass das hier meine Mission ist. Und deswegen das als Schlusswort. Alles andere wirst du sozusagen in den nächsten Wochen dann auch auf diesem Kanal weiterfinden. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich dir wie immer nur das Beste. Nutzt die drei Tipps. Bis dahin, von Herzen dir das Beste, dein Maurice. Ciao.